Hallo, Markus hier von C-Trading. Heute erkläre ich euch kurz, wie ihr Volumendelta und Footprints in eure Algo-Orderflow-Analyse einbinden könnt. Bis gleich! Zuerst sehen wir uns erst einmal an, wie sich ein Footprint-Chart zusammensetzt, also wie sich das Volumendelta in einem Chart darstellen lässt. Danach zeige ich euch, wie ihr einen Delta-Footprint visuell darstellen könnt. Und es lohnt sich dran zu bleiben. Am Ende zeige ich euch noch ein konkretes Beispiel, wie ihr Delta-Pivots verwenden könnt und diese in eure Algo-Orderflow-Analyse mit einbindet. In diesem Chart seht ihr nackte, volumenbasierte Kerzen für den CL-Rohölkontrakt. Wobei jede Kerze einem Volumen von 1500 Kontrakten entspricht. Die erste Frage, die wir hier beantworten wollen, ist, was ist Delta eigentlich? Zu diesem Zweck habe ich die diagonalen Differenzen von gehandelten Kontrakten auf der Bid-Seite in der linken Spalte der jeweiligen Kerze bzw. auf der Ask-Seite in der rechten Spalte eingefügt. Wenn also Market-Buy-Orders auf ruhende Verkaufslimits im Orderbuch treffen, erzeugen sie ein positives Delta. Und wenn Market-Sell-Orders auf ruhende Kauflimits im Orderbuch treffen, erzeugen sie ein negatives Delta. Was uns interessiert, sind nicht unbedingt die Deltas auf allen Preis-Levels, aber überdurchschnittlich große Deltas oder sogenannte Footprints, da sie erhöhte Dringlichkeit auf einer Seite anzeigen. Order-Ausführungsalgorithmen, die von größeren Institutionen eingesetzt werden, sind im Grunde liquiditätssuchende Jäger, die im Falle erhöhter Volatilität statt passiven Limit-Orders vermehrt auf aktive Market-Orders setzen, um ihre Aufträge innerhalb vorgegebener Zeit, Volumen oder Preislimits komplett auszuführen. Sequenzial höhere oder niedrigere Delta-Footprints sind sozusagen Wegweiser auf dieser Suche. Und ein Wechsel dieser Sequenz kann also auch ein Hinweis auf eine zumindest temporäre Trendumkehr im Orderflow sein. Daher brauchen wir die genauen Zahlen auf den einzelnen Preisen eigentlich nicht und können diese ausblenden. Besonders, wenn wir den größeren Kontext betrachten wollen und nicht in einem Zahlensalat untergehen wollen. In diesem Beispiel ist es eine Trading-Woche von Montag bis Freitag. Im Falle von Rohöl sind Dienstag und Mittwoch die wichtigsten Tage für neue Impulse in diesem Kontrakt, wenn das American Petroleum Institute bzw. die US-Energiebehörde die Produktions- und Lagerbestände von Rohöl und diversen Destillaten veröffentlichen. Aber was können wir tun, wenn keine Footprints entstehen, weil die passiven Limit-Orders gleichmäßig über mehrere Preise im Orderbuch verteilt sind? In diesem Fall können wir das Delta einer ganzen Kerze zu Rate ziehen, wie hier in CR-Chart unten dargestellt. Weiterhin habe ich hier den Tages- und Wochen-VWAP als Referenzpunkte für Algo Orderflow mit eingefügt. Isoliert betrachtet sollten wir generell keinem einzelnen Indikator zu viel Gewichtung geben, aber wenn zum Beispiel eine antizipierte Reaktion bei einem dieser Preisniveaus stattfindet, können wir uns dementsprechend positionieren. Beim heutzutage weit verbreiteten Gefasel von Struktur und der damit verbundenen Terminologie fehlt mir auch nur ansatzweise irgendeine Ursache- und Wirkungbeziehung, die auf realen Zwängen und Mechanismen von größeren Marktteilnehmern beruht. Eine Mittelwertrückkehr nach einer größeren Preisbewegung erfolgt nämlich generell auf Basis von Durchschnittspreisen statt einem isolierten Preis wie dem letzten Hoch oder Tief, auf das sich Daytrader leider viel zu oft verlassen. Wenn wir also eine solche Bewegung im Chart klar identifizieren können, bietet das auch eine Möglichkeit, die wir für uns nutzen können. Ob dieser Preis dann tatsächlich hält oder nicht, spielt keine Rolle, sondern wir erwarten dort eine Reaktion, von der wir dann profitieren können. Wenn wir hier näher hineinzoomen, haben wir drei aufeinanderfolgende überdurchschnittlich große Delta-Kerzen, die hier mit einem soliden gelben Kreis markiert sind, plus negative Footprints innerhalb dieser Kerzen, sowie eine erhöhte Transaktionsgeschwindigkeit, die hier mit dem größeren transparenten gelben Kreis angezeigt wird. Als Delta-Pivot bezeichne ich eine Kerze, die objektiv betrachtet das Ende einer längeren Preisbewegung anzeigen kann, wenn sich der Preis, wie hier in diesem Beispiel, oberhalb hält und zeitnah mit einem Überhang vom Market-Kauf-Orders, also einem positiven Delta, wegbewegt. Die Zone unterhalb der positiven Footprints ist somit eine Stopp-Zone für Longs. Stops unterhalb des letzten Tiefs wären hier einfach viel zu weit entfernt, um Sinn zu machen. Objektive Targets hingegen wären hier T1 beim Wochen-V-Web, wo wir auch auf größere, ruhende Limit-Order stoßen, T2 beim Tages-V-Web und T3, wo wir auch auf einen Footprint-Cluster treffen. Wenn du mehr über Algo Order Flow lernen willst und genug gehört hast von Struktur und sogenannten abgelehnten und akzeptierten Preisen und jetzt echte Wirkung- und Ursachebeziehungen kennenlernen willst, kannst du dich auf www.seetrading.com darüber informieren. Ansonsten eure Fragen bitte unten in den Kommentar. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich meinen Kanal abonnieren, um über neue Videos auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.